Leute, ich hänge mit den GTA 6 Leaks ein bisschen hinterher, deswegen gibt es heute gleich fette 20 Leaks auf einmal und die nächsten GTA 6 Videos werden auch ebenfalls mindestens 20 Leaks beinhalten. Vielleicht auch ein bisschen mehr, muss ich mal gucken, wie ich zeitlich dazu komme. Wir fangen direkt mal an mit dem ersten. Wir haben Polizeisperrungen. Wenn die Polizei nach dir sucht, kann es sein, dass sie einen sehr, sehr großen Bereich absperren. Es kann sein, wenn du versuchst, dich irgendwo zu verstecken, das Auto abzustellen, dass dann andere gefahrene Autos von NPCs angehalten werden, die werden durchsucht von den Polizisten. Es kann sein, du fährst in irgendeine Seitenstraße, stellst das Auto ab, Licht aus. Es kann sein, dass die Polizei dann sogar parkende Autos durchsucht. Es kann sein, dass die da vorbeilaufen, wie oft habe ich jetzt, das kann sein gesagt, dass die an dir vorbeilaufen, vielleicht ins Auto leuchten, das durchsuchen. Also du bist nicht mehr ganz so einfach in der Lage, dich vor der Polizei zu verstecken, was ich eine coole Sache finde. Beerdigungen wird es in GTA 6 geben. Das kann sein, dass das eine zufällige Beerdigung ist, weil du vielleicht über einen Friedhof läufst. Das kann aber auch eine Beerdigung sein von einem aus deiner Gang. Das kann aber auch eine Beerdigung sein, die du selbst verursacht hast. So kann es sein, dass du dich natürlich vernünftig gekleidet, natürlich auch zu dieser Beerdigung am besten geben solltest und kannst da der Beerdigung beiwohnen. Finde ich für den Realismusfaktor auf jeden Fall eine echt krasse Sache. Musikstreit, das finde ich extrem interessant. Auch ein ziemlicher Realismusfaktor, wie vieles anderes in den 20 Leaks, die ich hier für euch habe. Kann es sein, du fährst, bist unterwegs mit Lucia oder Jason, je nachdem wer fährt. Und meiner Meinung nach ist der Fahrer immer im Recht, wenn es um die Musik geht. Aber es kann sein, dass dein Co-Fahrer einen fetten Musikstreit auslöst. Und das zu einer heftigen Diskussion kommen könnte, wenn man sich nicht über die Musik eins ist. Finde ich eine coole Sache für den Realismus. Aber da kannst du eigentlich nur hoffen, dass das vielleicht nicht ständig passiert. Ansonsten geht dir das vielleicht irgendwann mega auf den Sack. Dass wir ein Business eröffnen können oder in Business investieren können, ist denke ich nichts Neues. Ich habe im letzten GTA-Video darüber gesprochen, dass das Territorium-System von San Andreas zurückkommt. Und du kannst theoretisch eine Firma entweder in einem feindlichen Territorium kaufen oder investieren. Und so wird es mit Sicherheit so sein, dass du nicht drumherum kommst, dass du Schutzgeld bezahlen musst, weil du bist in einem feindlichen Territorium. Und solltest du das nicht zahlen, gibt es die dementsprechenden Konsequenzen. Das war Seite 1. Da waren noch ein paar Leaks vom letzten Video drauf. Polizeidurchsuchung im Auto. Du hast ein Verbrechen begangen. Du bist vielleicht auf der Flucht. Die Polizei ahnt aber nicht, dass du du bist, der Verbrecher. Dann kann es sein, dass die dich durchsuchen und wenn sie bei dir keine Waffen oder so finden, wirst du nicht als Verdächtiger vermutet und kannst weiterfahren. Ebenfalls so ein Realismus-Ding. Selbstfahrende Autos willkommen in der Gegenwart. Es wird so sein, dass wir bestimmte Modelle haben in GTA 6, die selber fahren können. Gibst du einfach deinen Zielort ein und das Auto fährt alleine los. Entweder machst du es so und kannst die Aussicht rund um Vice City genießen oder du machst irgendwelche anderen Sachen. Es gibt eine Menge Sachen, die du im Auto wahrscheinlich machen kannst, während das Auto von alleine fährt. Ob du jetzt Casino-Gaming machst. Du kannst ja im Casino auf dem Handy spielen und so weiter. Das habe ich, glaube ich, im letzten Video schon erzählt. Und, und, und. Geschäfte, irgendwelche Einkäufe machen auf dem Handy und so weiter und so fort. Selbstverteidigung ohne Waffen wäre der nächste Stichpunkt. Du hast vielleicht mal keine Waffe zur Hand. Deine Fäuste sind vielleicht zu schwach. Der Gegner zu stark. Keine Ahnung. Du kannst dir Steine, Ziegelsteine, du kannst dir sogar eine Flasche nehmen und die deinem Gegner über den Kopf schlagen. Vielleicht sogar zerbrechen, dass sie mehr Wirkungskraft hat. Also es gibt sicherlich noch andere Gegenstände, die du nutzen kannst, um einfach deinen Schlägen mehr Kraft zu verleiten. Jetzt kommt etwas. Das finde ich richtig geil, weil ich habe selber einige Zeit lang mit vielen Bekannten aus der Arbeitsumgebung selber gezockt. Und Paintball. Du kannst in verschiedenen, nehme ich an, vielleicht ist es auch nur eine, aber ich glaube, auf die Größe der Maps verteilt wird es bestimmt mehrere Paintball-Arenen geben, in denen du entweder im Team, keine Ahnung, 5 vs. 5 oder auch 1 gegen 1 spielen kannst. Und es soll auch so sein, dass du einen Paintball-Markierer sogar irgendwo kaufen kannst und kannst damit auch in der Weltgeschichte rumballern außerhalb der Arenen. Hi! Attacken kennen wir aus GTA 5. War jetzt nicht besonders krass animiert. Soll es in GTA 6 wieder geben. Wir sollten aber diesmal davon ausgehen, dass das alles ein bisschen kreativer gestaltet ist. Vielleicht mehr Animationen als nur eine. Davon ist auszugehen. In der heutigen Zeit denke ich, dass da wird sich Rockstar Games schon ein bisschen was ausgedacht haben. Jetzt habe ich die Worte verloren. Apropos Wasser, habe ich mir aufgeschrieben, ist jeder Charakter hat so seine Macken. Und so hat Lucia eine Abneigung gegen Wasser. Nicht, weil sie wasserscheu ist, sondern, oh, was ist so? Hier haben wir eine Beerdigung. GTA 5, willkommen. Aber eine, der man richtig beiwohnen kann. Das wäre jetzt sonst echt ein blöder Zufall hier. Ja, Lucia wird seekrank auf Wasser. Also sie ist nicht wasserscheu. Sie hat eine Abneigung gegen Wasser, weil sie seekrank ist. Es kann sein, dass du eine Mission auf dem Wasser hast. Und wenn sie dabei seekrank wird, keine Ahnung, ob das immer getriggert wird, wenn du auf dem Wasser bist. Vielleicht auch in Verbindung mit dem Wellengang. Es wird ja auch verschiedene Wetterszenarien geben. Vielleicht mal auf stiller See keine Seekrankheit. Aber es kann sein, dass du mitten in einer Mission seekrank wirst. Und da leidet natürlich auch die Steuerung von Lucia. Wenn du vielleicht mal den Charakter nicht wechseln kannst, kannst du dich richtig schießen. Musst vielleicht kotzen, bist nicht handlungsfähig. Keine Ahnung, sowas in der Art. Damit müssen wir auf jeden Fall rechnen. Finde ich auch extrem interessant. So, dann haben wir noch ein Thema zu Lucia. Lucia und die Jobs mit Leidenschaft, habe ich mir aufgeschrieben. Es ist so, dass sie ihr Wohlbefinden nicht über den Job stellt. Andersrum, sie stellt den Job über die Gesundheit ihrer selbst. So kann es sein, dass sie sich vielleicht irgendwie mit ihrem Kopf komplett in irgendeinen Job verrannt hat. Und lässt dabei sämtliches liegen, was ihrer Gesundheit irgendwie gut tut. Schlaf, ausruhen, essen, trinken, hast du nicht gesehen. Und das kann zur Folge haben, dass du schlecht ausgeholt bist. Logischerweise die Mission vielleicht fehlschlägt. Du, dein Stresspegel, es gibt ja ein Stresssystem, falls ich das noch nicht erwähnt haben sollte. Stress ist auch ein ziemlich hoher Faktor in GTA 6. Und das wird beim Stresslevel auch nicht gut tun, was sich wiederum auf deine Gesundheit, deiner Regeneration usw. niederschlägt. Also muss man da mal gucken. Ich bin gespannt, wie man dem entgegenwirken kann. Ich glaube, das ist aber eher so ein Ding, wenn du vielleicht Lucia alleine machen lässt und du vielleicht gerade lang mit Jason unterwegs bist. Da müssen wir mal abwarten, was da so passiert. So, NPCs stalken. Du kannst NPCs stalken. Du läufst irgendeinem NPC unterher. Das muss nicht immer irgendeine bedeutende Person sein. Das kann sein, dass die NPCs das checken. Dann fühlen die sich vielleicht gestalkt, verfolgt. Und dann kann das passieren. 911, die rufen die Cops. Und dann ab in den Bau. Keine Ahnung, christliche Verwandlung usw. Und so fort. Realistisches Kampfverhalten habe ich mir hier aufgeschrieben. Es kann sein, du bist vielleicht mit Lucia gerade in einem Kampf. Und dann wirst du dabei verletzt. Schwer verletzt vielleicht. Und solltest in Deckung gehen. Du kannst ja mitten in einem Kampf wohl ohne Ladezeit direkt zum zweiten Charakter Jason wechseln. Und dann wird es passieren, dass Lucia automatisch irgendwo in Deckung geht. Und dann wird es auch so sein, dass sie selber relativ wenig Handlungen ausübt, weil sie verletzt ist. Weil sie sich vielleicht erst mal heilen muss. Quasi weniger Gegenwehr leistet. Länger in Deckung bleibt. Und das kann auch mit anderen NPCs der Fall sein. Auch ebenfalls für den Realismusgrad eine ganz, ganz feine Sache. Du kannst Kunsthandel betreiben. Du kannst dir Gemälde kaufen. Du kannst dir Oldtimer kaufen. Du kannst dir irgendwelche Oldtimer, Oldtimers Käse, also Oldtimer Kunstwerke, irgendwelche Deko, irgendwas, was richtig viel Geld bringt. Kannst du kaufen. Nicht nur als Dekoration, sondern du kannst es auch gewinnbringend wieder versteigern. Das heißt aber nicht, dass das immer klappt. Das heißt, wenn du dich verspekulierst, kannst du natürlich auch eine Menge Kohle verlieren. Dann als nächsten Punkt Tapeten wechselgefällig. Du kannst in einem Hotelzimmer einziehen. Du kannst ein Hotelzimmer über Zeit mieten. Das kann entweder aus Just for Fun passieren. Das kann aber auch sein, dass vielleicht gerade dein, wie nenne ich es, dein Domizil, dein eigenes Haus, wenn du nicht gerade mehrere hast. Oder vielleicht werden alle irgendwie gerade überwacht, weil du unter Tatverdacht für irgendeine richtig fiese Sache bist. Dann kann es sein, dass du einfach irgendwo hinfährst, suchst dir ein Motel, ein Hotel, was auch immer. Dann kannst du das sogar als Operationsbasis über Zeit benutzen. Je nachdem, wie tief du in deine Geldbörse greifst, kannst du das natürlich länger oder dauerhaft machen. Und natürlich auch, je nachdem, was du auf dem Konto hast, kannst du dir von einem absoluten Billig-Motel zu einem absoluten luxuriösen Hotel dir alles zusammenmieten, was das Herz begehrt. Dann haben wir Charakter während der Fahrt wechselt. Das finde ich geil. Du startest vielleicht gerade in der Mission mit Lucia. Jason sitzt rechts neben dir. Du fährst los bis zum Ziel und hast aber irgendwie gerade keinen Bock zu fahren. Dann wechselst du sofort auf deinen Zweitcharakter und die KI übernimmt das Steuer und du musst wohl nicht mehr fahren. Finde ich eine coole Sache. Ob das immer funktioniert, müssen wir mal abwarten. So, dann haben wir Deckung nutzen. Die Bewegung, um in Deckung zu gehen, soll in GTA 6 deutlich realistischer gestaltet werden. Wenn du jetzt zum Beispiel mit einem Bullenauto unterwegs bist, kommst in eine Schießerei, willst aussteigen, dann gehst du schon geduckt hinter deine Tür zum Beispiel. Und das Geile ist, bei den Bullenfahrzeugen wird es so sein, dass die Türen stark gepanzert sind, sodass du länger Gegenfeuer leisten kannst. So, das ist auch fertig. Es gibt U-Boote in GTA 6. Wir spielen natürlich die ganze Geschichte auf Vice City hauptsächlich. Es wird auch noch ein paar andere, ich sag mal, Drehorte außerhalb von Vice City geben, soweit ich das weiß. Dazu aber später mehr. Und wir sollen wohl auch ein U-Boot chartern können, womit wir die Unterwasserwelt erkunden können. Und die Unterwasserwelt oder die allgemeine Wasserwelt soll eine Menge zu bieten haben von Nebenmissionen, wahrscheinlich auch Hauptmissionen. Du kannst Geheimnisse entdecken, du kannst Schätze entdecken und vieles mehr. Vielleicht auch irgendwas richtig abgespaced. Abgespaced zu irgendwelchen Leichen in Zementschuhen. Ich keine Ahnung. Das ist jetzt nur noch eine Spinnerei von mir, aber irgend so etwas Krankes kann ich mir definitiv vorstellen. Es wird Kryptowährungen in GTA 6 geben. Was man mit Kryptowährungen anstellen kann, muss ich, denke ich, nicht erklären. Ist selbsterklärend. Also Kryptowährungen, sowas wie Bitcoins eben, um Investitionen zu betreiben. Vielleicht irgendwo im Darknet Investitionen. Ohne einen Fingerabdruck zu hinterlassen auf deiner Bank oder weiß der Geier was. Und als letzten Punkt habe ich den Online-Modus. Das ist wahrscheinlich das, was die meisten mitunter am größten oder am meisten auch interessiert. Habe ich auch im Thumbnail so ein bisschen breit gezogen. Online-Modus. Der Online-Modus soll erst ein Jahr nach Release von GTA 6 kommen. Nicht, weil Rockstar Games das vielleicht euch nicht gönnt, sondern das gesamte GTA 6 Spiel. Das soll ein absolutes Meisterwerk werden. Und Rockstar Games wünscht sich natürlich, dass jeder erstmal ganz tief in diese gesamte Story eintaucht. Die Welt erkundet, die Map erkundet, die mit viel Liebe zum Detail gestaltet wurde. Da könnt ihr euch sicher sein. Und ein Jahr später soll dann der Online-Modus kommen. Und ich gehe mal davon aus, dass dann auch der Roleplay-Modus, der eigens von Rockstar Games, dann auch hier integriert wurde. Also ohne irgendwelche Mods, weil Rockstar Games hat ja die Macher für diese verschiedenen Mods, für die Roleplay-Games, haben die aufgekauft. Und die werden da wahrscheinlich jetzt für Rockstar Games fette Sachen implementieren. Davon können wir mal sowas von ausgehen. Also GTA 6 wird einfach eine absolute Rakete werden. Und wenn nicht, dann fresse ich einen Besen live auf YouTube. Da kannst du dir aber sicher sein. So, das hat hoffentlich keiner mehr gesehen. Falls es denn passieren sollte, habe ich ein richtig fettes Problem. Das draus von mir. Freut dich aufs nächste GTA 6-Leaks-Video. Ich habe ja noch jede Menge mehr Fette. Ich könnte jetzt hier wahrscheinlich noch eine Stunde erzählen. Mache ich aber nicht. Wir teilen das schön auf. Also in diesem Sinne bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao. Ciao.